Er ist absolut nicht bestechlich. Entschuldige mal, er hat das gut gemacht, ich hab das gut gemacht. Du verstehst überhaupt nicht, worum es geht. Peer Kussmarks Kinderwagen-Karaoke. Heute mit Barbara Schöneberger. Und wie immer zum Anfang erstmal ein Gastgeschenk. Für Barbara gibt's den Lieblingskuschellöwen von meinem Sohn. Krieg ich auch noch? Oh nein, ist das eine schöne Idee. Du bist ja wirklich so reizend, wie alle sagen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Ich finde, man kann nicht genug Kuscheltiere haben. Wir haben wahrscheinlich zu Hause... Guck mal, vorher, nachher, einmal der Vergleich. Aber wenn ich mit dem Löwen fertig bin, ist er auch verwuschelt, kann ich dir sagen. Thema Wechsel. Barbara, was kannst du besser? Singen oder Mutter sein? Ich bin auf jeden Fall eine bessere Mutter, hoffe ich. Weil als Mutter kannst du ja viel mehr Sachen noch in die Waagschale werfen. Beim Singen musst du ja nur auf drei Sachen achten. Auf, was ist das? Ab und zu mal Luft holen, keine Ahnung, Ton halten und irgendwie sich einigermaßen die Texte merken. Und da wird's ja auch schon wieder schwer manchmal. So, genug des Vorgeplänkels. Und es ist Zeit für Kussmax Kinderwagen-Karaoke. Heute mit Barbara Schöneberger. Ich seh' uns beide schon in Frankreich mit Croissant. Barbara Schöneberger singt erfolgreich deutsche Chansons. Aber kommt das auch bei der nächsten Generation gut an? Ich seh' uns beide schon in Frankreich mit Croissant und Kaffee-Creme. Nur wir zwei, das Beste kommt gleich. Wann soll ich das mit den Kindern erzählen? Du bist mein erstes Date seit Jahren. Ich zieh' dich schon mit den Augen aus. Ich muss dir nur noch etwas sagen. Ich leb' nicht allein. Meine Mutter wohnt bei uns zu Haus. Jetzt sag mal, war das gut? Emil Ocean, deine Redaktion, vielleicht probierst du es nochmal mit dem Löwen. Emil, war das gut? Er ist absolut nicht bestechlich. Auch wenn wir mit unserer Stimme hochgehen, er ist einfach Pokerface. Du hast es gut gemacht, aber. Ja, ich hab' das gut gemacht. Du hast es gut gemacht. Entschuldige mal, er hat das gut gemacht. Ich hab' das gut gemacht. Also, Barbara, ich weiß nicht, wie ich's dir sagen soll. Begeisterung. Sieht anders aus. In der nächsten Generation sieht es anders aus. Denk an uns, wenn du heute Abend einschiffst mit den Löwen. Schön, dass du da warst. Danke.